Der nachwachsende und natürliche Baustoff Holz erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Aber wie schützt man Holzfassaden am nachhaltigsten? Dafür bietet Stoh zwei neue Top-Produkte an. Stoh Top Wood Oil, ein Naturöl für die Fassade, zum Schutz und zur Pflege von maßhaltigen Holzoberflächen, geeignet für den Außenbereich. Und Stoh Aqua Top Wood Oil, ein weiteres reines Naturöl, aber speziell für Innenräume. Es kommt komplett ohne Lösungsmittel und Filmschutzmittel aus und schützt und pflegt alle Holzoberflächen in Innenräumen. Holzschutz? Unbedingt! Und am besten natürlich!